Machen Sie sich keine Sorgen, ich habe alles im Griff, es wird ein guter Abend. Oder finden Sie jetzt auch, dass man gleich Kontrolltick hat, nur weil man ab und zu mal das Verhalten seines Mannes überprüft? Wer von Ihnen schmeißt seine alten Männerunterhosen selbstständig weg, ohne dass die Frau was sagt? Oh, oh, oh nee, boh, ey, oh, der Mann ist doch immer der Erste, der offen in einer Beziehung, Pups, ja? Oh, nee, oh. Wenn man heutzutage so als Frau, die einen Mann hat, so nackt vorm Spiegel steht und reinguckt, denkt man eher, verdient hat er's. Aber immer wenn ich anfange, den Tom zu reparieren, ja, dann sagt der zu mir, ich würde an ihm rumnörgeln. Haben Sie ein Organ zu beanstanden? So sagen Sie bitte Organbeanstaltung. Danke, alles doch. Geigen Sie zu depressiven Verstimmungen, so sagen Sie bitte Familie, Jugend und Sport. Nordic Walking. Nordisches Gehen am Stock. Mozzarella Mortadella heißt doch alles gleich. Ich hab Tom rausgeschmissen, ich heirate ihn trotzdem morgen. Ist kein Widerspruch, es war öbliche Logik. Kön partido ja alles. Ist kein Widerspruch, ich hab super. Bis zum nächsten Mal.